und auch so ein bisschen und auch Teil der Aufklärung er wird jetzt erst mal alles raus ich bin ich muss er geht um ein bisschen ab und ich habe mich auch langsam um ich bin ab als ein Teil jetzt einmal eine Dose zum Essen wo ist das schlecht und was sind glauben wir mal ein paar Reifen genau alle mit dem Leben Scheiße ich bin zu schwer ich habe es auch noch mehr für mich helfen nun mit dem Wein er wie willst du da rauskommen Mieten okay nur eine Bandage und was du trinken morgens okay 10 raus wie war denn da mal wie hieß es gestern zuerst keine Gnade also und dann in den Gnadenstück was du weggucken aber also was hat denn der noch alles für mich? ach so der auch ich nicht wissen wie Navi oftmals an Menschen vorbeilaufen geht was alles weh keinschüge also wir Reifen brauchen wir nicht mitnehmen ist das gar egal also ich kann Rucksack mitnehmen ich konnte die Waffen mitnehmen ab und bisher bis nach dem Wasser zu wollen ja die Waffe drumherum nachdem ist nur hin und sie kommen zu euch wir haben die Waffe drumherum schon ich habe jetzt gescheitert an der Form des Neufels er wird wird in der Nürburgring und so ein paar Jahre bei Liedelbeinbieter und sind zum Beispiel dort wird die Begründung nehmen mal irgendwie die Reifen raus wird wenig Gewicht hat nur umhalten damit die die nicht mehr weg damit dem wegfahren können darüber kommen das Prozent aufbrechen ist eigentlich fast unmöglich und so ein Schall und wie kann ich nicht aber und dann im 1.5 oder so wird das mit der von uns wasser dann das Haus muss werden uns ist schwer aber auch immer ein ja das ist es ist nicht wieder einzeln und es ist nicht von der Seite gekommen dann werfen nehmen ins Wasser Morgens Prozent da unten ist ein Häuschen, wo ich hingehe, gleich mal, ne, wenn du fertig bist da unten da nicht ein Holzhäuschen, wo ich hingehe aber erstes aus hier ich sag dir, wir waren hier mal bis ne, ne, nicht hier sind schon wieder zu weit komm ne schöne Sonnenliebe ich geh rein, oder? Ja, komm rein lass dich so das helle Licht, ich mach das helle Licht an das sag ich auch, wo soll ich hin? warum, wo sie die scheiße Tür machen? was ist? die sind dran so beigelaufen ok, wo die Tür sind? da, ich die Tür hier her ok, hab ich schon mal einen kleinen Häuschen, das ist gut alles leer, mach alles da was kann ich dafür tun, dass sich da unten so blöd aussieht da unten ist so blöd aussieht so eine Meter und Wasteland 22, ok ok ich weiß gar nicht mitnehmen, aber ich muss sowieso essen ok ich war kein Money, aber wenigstens Waffen und wenigstens geklaut ah, das andere ist das andere ist, dass wir mit dem roten Punktsemi das sind Gewehr oder was? ja, guck mal, Achtung ich mach mit, noch ein bisschen ich kann es abgeben ich kann es abgeben ja, 36 also seid du beide einig ok ja, wir sind auf dem Weg ja, wir sind auf dem Weg ja, wir sind auf dem Weg wir sind auch auf dem Weg wir sehen euch ja schon so halb die Gegend wo ihr seid aus 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 so mit dem Spiel mit dem Weg Besserei konstieren da würde man sich auch mit der Orientierung hast? so mit dem untergewehrt bisher und wo er sich nicht mehr gut gut ich habe das Gefühl wird sich richtig dunkel und verkauft sein dass man hier haben wir haben ich bin der Grunde sind es wird nicht mehr dunkel jetzt aber auch gut von uns aus sie ist dauernd die mich recht weit übernommen und nur die jahre ausrunden und wir uns nicht raus Bei uns ist es eine große Wiese, deswegen. Warte mal. Ja. Da vorne ist der. Von hier oben sieht man nicht so gut, ob irgendwas läuft oder sowas. Da habe ich damals einen Akkus oder schon. Aber ein kleines Dreischwitz. Du sag mal, gibt es eigentlich Rehe hier irgendwo? Nee, eher selten, sieht man. Die laufen schon oben. Das Haus, das du da siehst. Ja, da unten ist. Das ist das Haus, wo wir den Typ eben gejagt haben. Da kam der Typ raus. Ah, okay. Warum müssen wir denn da hin? Guck mal, guck mal, die beiden. Da steht ein Campingplatz, frag sie oben. Ja, das ist ein Campingstil. Wenn ich jetzt mal... Das ist wie man sieht. ... ... ... ... ... ... ... das ist noch mal ein Wunder aber auch nicht gehen im Wettbewerb ich weiß und sich in so mit ihren Worten mehr vertreten und danach nur über die Wünsche zu bleiben und machen an dem Wettbewerb auch vorgekommen nicht so schön ist man nur ein Scheißer Hosen hier überhaufen vier Haufen auf der Straße der die Verloren Unioner aussehen sie aufgeliehen verschreckt und ich bin noch bei der Unbindung die losgerannt nach oben rechten Abend und nicht mehr weiter in einer Nieslösse und wenn sie es hat sie an den Schusskröten auch mal in Europa ich habe mein die Mitteiligen im Aufmerkauf aber auch wenn man auf dem Abdruck auch keine ein die Bessons Kunde zugemacht wir haben noch nicht nur kürzelt ein muss nicht bewegen er liebte sich in dem ich aus Südsel haben sie ist in der Zerfolge nur vergessen dann nach dem Mann ins Leben die Gründe aber du siehst er nicht nicht mehr das ist mehr das was man muss nun ist wenn man den Film wo wir auf Prozent mit der Aktion der Mangelung auf dem Bauern sie ist in ihnen wie schwer das ist es halt nur das Wort nächstes ist auch so dass man zum Wasser wir sind ein Stück zu nah kommt sind ja für die Anlieferungen im Jahr mann neben uns und ich habe gesagt zu mir das ist wie schwer das ist wenn wir zu so viele sind das alles durchzubringen sie sind trotzdem zu achten bei diesen Bruder er ist auch zu achten auf alles nun da zu spielen ja weil jeder sich nicht für sich selber kämpfen das Problem jeder versucht dem anderen nachzumachen man muss schon die Wissen mit zusammenbleiben aber nur jeder musste selbstständig sein was ist das denn also bei der Rennbahn nicht wo wir machen im Kopf hin also wir sind gleich da haben wir auch nur den anderen zu machen ob wir uns da auch mal da unten hin zu rennen müssen und dann einfach oben drüber weiter zu dem Leuchtturm da hinten mit der Auffassung ich 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 eh ich krieg bis darüber das war also X-Jahr die Griechen gehen jetzt was mit dem Haus und die mich hier wenn es geht und ich glaube so weiter Schnellkost drücken und um ihn auch gelaufen da ist man immer so es hat das Wasser das Problem kommst du? wie seid ihr? ja hinter dir ja hinter dir ja hinter dir ach da ha 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 They wow ha 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 Is und und nicht rein er hat sich da einsehen bei uns Ja? Raus! Ja, bin ich. Wo bist du? Was ist? Was ist? Was ist? Ich höre was. Das ist ein Motor. Ich höre was, was du hier hörst. Ich höre was, was du hier hörst. Ich höre einen Motor, Alter. Ey, wir sind hier drauf. Was? Was? Warte. Mama, ich höre was, ich lege was, ich höre was, ich lege was. Ich höre was, ich will was testen wissen. Warte, ich will was testen wissen. Ja? Ja. Ja. Ja? Ich will das nicht. Ja? Ja, das brennt doch immer. Ich will das nicht. Hele. Ich will das nicht. auch die auf der Rennbahn sehen sieben hoch kommen hier bei den beiden blauen bei der Rennbahn bei den blauen Dings bin ich in der Luft fliehen die Fülle mach weiter so nicht noch weiter ja jetzt gehe ich nie mehr in die Hütte rein das ist ein scheiß Soundfehlerrad sie ist bei dir hier ich weiß auch du das mitbekommen hast den Soundfehler nee nee nicht wirklich ich habe nämlich ein Motorboot gehört deswegen ob er sich unten lang gefahren muss hab ich ihm geguckt da ist nichts gewesen aber dieses Zelt würde ich gerne haben draußen da habe ich schon die unmöglichsten Sachen gefunden zum Beispiel dann deine Frau ja hier wird nicht drin die Stürmer da oben ist ein Panschinger oder so soll man da mal hingehen wenn du da guckst du ich guckst das Gebäude dann aber das sieht noch was rein dass du noch mehr zählst Alter ich hab's richtig wachungs rein rein hier kommt das kuschelig hier liegt guck hier bei den Stühlen hier halt nun im Bühnen der Dienstmann ja super die ganz neue wie das eine mit Null drinnen oder wie das war es so und hinaus eine Waffe mit Null Magazin und ne, 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 hab alle voll Wir wissen nicht, wir wollen hier Scheiße, warte ganz kurz Ja, ja, ja Halt Stellung, Halt Stellung Ich versuch Was hast du gemacht? Ja Was ist das? Das ist die jeden Punkt Die sind 3004,000 Euro Und Moniziere zu allerns Kostowin Ja, das ist ja auch rein süße Okay, dann lass die liegen ja Geht die Leuchtlade und Pistole was der Kompinkle bemerkt Gewerb Ich weiß ja Deswegen ja Ich kann mich mit dem Thorp und jemandem Daten Okay und sie hat in der Sorge Die habe ich mich wirklich im Hortfall Seelen verbraten Die Hörstein Schuss hat die Waffe ein Ziffern. Ja, okay, das ist eine Maschine, du sollst Druck zu klären, dann sind drückt. Komm, okay, Wolfer. Gut, ein Teil. Guck, ich hab sie jetzt. Sieht aber geil aus. Das kriegt aber hier noch irgendjemand von uns da. Du sollst einen Hohen. Hast du doch, Tosti. Ja, ich meine, irgendjemand anderes von uns dann nachher. Na, dann kommt, oder? Du hast sie doch, ist doch okay. Ja, für die anderen mal nicht. Weiter geht's. Die haben doch Waffen. Ach so, okay. Dann kriegt ihr zu mir noch eine Pistole. Da hab ich auch noch einer am Start. Ich hab übrigens die 45er Munition noch, ne? Für die Pistole. Ja, ich hab immer für Wolfer, den 37er. Habe ich keine Munition dafür. Ich hab eine Pistole mit 22er Rounds. Die brauch ich, Sammy. Die Munition dafür. Weil die hab ich die Pistole. Also das Gewehr dafür. Es gibt Gewehr und es gibt Pistole von der 22er. Ja, ich hab's aber als Magazin laufen, als schwarzes. Ja, richtig, die hab ich auch. Die Kugel, die Kugel nimmst du raus, da kannst du ins Gewehr stecken. Ja, aber die will ich ja die Tanja geben. Ja, richtig. Du hast ja ein Gewehr, die brauchen wir auch eine Waffe. Ja, aber sie keine Pistole von mir haben. Ach so, ja, gut, das können wir dann klären. Eben. Kann ich jemanden weiße Waffe davon machen? Kann man die Häuser davon nicht mitgenommen? Ähm, weil da irgendwo da war, wo das mal geht. Sammy? Ja. Kann man zurückgehen, wo ich bin? Halt, hier. Halt, hier. Guck mal rum. Hoch? Hoch auf dem Wasserturm. Was ist das? Die haben oben was aufgebaut, am Wasserturm. Ja, die haben am Wasserturm was aufgebaut, ne? Ja, eben. Das weiß ich. Es geht also. Die haben was dran gebaut am Wasserturm. Ruhig? Der Aufgang noch. Äh, nee. Wir haben unten die Dings übrigens vergessen. Die zwei Häuser, ne? Ja, shit, egal. Dann haben wir ja was. Alter Schwede, hä? Alter, könnt ihr mal diese scheiß Dinger lassen? Rein husten, Mann. Ja, rums, wo die Huten. Alter. Ja, Husten hört sich auch nach Schüssen an. Aber für was bauen die sowas, ey? Welchen was hat man das denn auch so? Fünfzehmer. Oh, was? Nee, das ist nicht der. Guck mal, der ist ja riesig. Das ist ja auch ein Wasserturm. Ja, das ist nicht. Wo bist du, wo bist du weg? Ah, davon wissen. Ja, sollen jetzt was zu tun laufen? Ja, ich hab dann auch noch mehr. Da, ich hab dann auch nicht da. Ja, dahinter, für den Wasserturm. Jetzt sind da hin, sehr wenig. Nein, mich wird das jetzt kurz interessieren, aber wir können doch direkt zu Tanja marschieren. Oh, hier ist die Riesenstadt. Das ist, das ist Printcase, Amy. Oh, bisschen dumm. Ja, halt. Na ja, okay. Das sind immer so dunkel manchmal. Wird's hier irgendwann mal, auch mal wieder hell? Bis morgen nicht, nee. Na, wir haben sie in den nächsten Tagen. Wie, wir sehen, ob der jemand ist, Amy. Ja, Taschnappe. Taschnappe, genau vor uns, ja. Ducken und sitzen bleiben. Ja, am Baum bin ich. Taschnappe? Ja, genau im Haustritt vor uns. Sch, wei, gar krass. Okay, so die, wir. Da rennen wir raus, ja. Wer ist bewaffnet, Alter? Wer ist? Der rennt da. Ja. 26. Von was? Wasser. Wasser. Aber siehst du, wie sie sich bewegen, du? Voll geil. Auch so ängstlich, weißt du, hin und her gucken und sowas. Okay, so weiter. Ja, weitergehen. Tanja, braucht Wasser. Ja, in Romil. Könnt ihr ihr nicht helfen? In Sammolk, haben wir den Star? Sammi, zurück. Was, Markus? Zurück, Sammi, rückwärts. Warte mal. Und da vorne den Weg immer entlang, ja. Ihr müsst Tanja und Wasser gehen, wenn sie braucht. Aber hast du gesehen, wie er sich bewegt hat? Auch dunkel und überall gucken, ne? Also, die sind nicht die einzigste, die so aufpassen mit dem Gucken. Also, in der Ukraine lässt sich's gut spielen. Die sind wirklich pfiffig, die Leute. Aber leider muss schon verantwortlich sein. Hä? Alter, später, guck dir das Gebäude oben an, du. Ja, die können das aufbauen, genau. Du kannst also dran bauen. Das heißt, man kann auch ein Haus zubauen. Gleich habe ich das Schild falsch gestellt, weißt du das? Vorhin, das letzte Mal. So, was sind denn die beiden, die drei? Es kommt noch das Militärbeet zwischen uns. Ja, ich weiß. Nein, das ist so. Du bist so lange von der Brücke. Das ist schon schön von der Brücke. Ja. Das ist schon schön von der Brücke. Das ist schon schön von der Brücke. Ja. Mach mal voll. Das ist so, so ein ganz vieles Video, wenn bitte die Leute sie ist, aber die uns nicht, es ist das beste Feeling. Die Brücke sind so ein Grund. wir sie schienen beschaffen kannst auch vor allem semi mit dem liebst wie er hat es weiß so gut rum und sowas und zieht uns nicht mehr das soll ich wissen die zielten nicht so wie gestern wir zweier ab er hat mit dem spiel mit dem spiel wenn sie spiel auch die baulistin aufdrucken sie sind glaubwürdig aber das ist übel es wird hochzuholen wenn die mit schwarzen so offen also irgendwann ich habe aus daher brauchst du was? eine Flasche, eine dünne kleine wird schon reichen achto, warte, nein, noch nicht ich hab keinen Platz gib mir was her, ich mach's für den Platz frei ok, jetzt, 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 ja, ich muss mal so essen achto, achto, ja, ja, mach alles klar, reicht, reicht 3 ал doch nochmal, warte aber die Verschriftung ja ich hab auch am Anfang gedacht scheiße, so was ist es denn, das geht an, so warte Oh.